Was machst du? Was machst du? Ja, verall dich noch mal ein bisschen. Ja, das dauert er noch, ich glaube. So stimmt das, ja. Was machst du denn, Mann? Da wiegt noch eine Teesatte, das ist egal. Was machst du denn? Was machst du denn? We machen alle FHG-Katalogen mit Ihnen rum. Die haben dort ein Auto drauf. Ich werde da gerne sind. Ich denke, dass ich mal in die Letzten zurückkehren. Hast du Beweis auf Namen... Wie wird denn das logo filmen? Wie wird denn das mal vor? Ach, ich habe mir vor fünf, aber... Ach, das ist scheiß geworden. Oh Felix, heute schleppst du ihn, dann kriegst du den WG-Katalog und den WG-Katalog mit dem WG-Katalog, dann darfst du dich schon mal nass oder so? Joa, da kann ich mir nicht kacken oder so. Ich habe mir kein Loch, also da kann man das ganze Loch erscheinen. Wer hat denn noch dabei? Ja, sag ich. Oder? Hast du noch? Hat er bei dir wohl mal einen Katalog in Rotzat gepackt? Kommt doch noch ein Glück vorbei. Mach Ruf und Röndung. Mach nur 125,5. Oh, inzwischen. Lass es nicht. Das ist auch nicht so ein spektakuläres Video, oder? Ach. Passiert ja so viel drin. Ja, der Arne steht so. Ungekommen. Klinger, das hier machst du mehr. Wolltest du dem Bogen noch Streich spielen oder was? Nein. Streich, Dirk wird Streich gespielt. Dirk hat doch immer das FG-Katalog, da er Felix den Rucksack rein. Vielleicht da hinten noch so ein extra reiche Stütz. Das ist so ein Neger-Skater oder was? Das ist so ein Neger-Skater oder was? Da hinten rein, den der FG-Katalog geht. So wird halb schlecht. Ja, der ist sehr hoch. Sehr hoch. Ich habe nichts verstanden. Warum? Warum? Warum haben Sie erst eine Woche bei Greta-Ofter-Mobby-Stell? Warum? 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 Der Mogen hat sich nicht reispielen. Ja. Wir müssen noch die Leute erlochen, ja. Wir müssen noch ein bisschen erlochen. Es war auch mal nee. Eine Mitschülle, einem Streich spielen. Welcher? Dirk. Der wird noch eine Eifel holen, ne. Der Guru. Warum? Oh, du sollst hier nicht freispielen, der hat der Gerät auch mitgeholt. Der Laptop war nur noch klar gelassen. Gute Aussicht. Ja, und hier brennen wir.